Ihr wollt euch den Ronin Token RON zulegen und wisst aber nicht genau wie es geht, da seid ihr bei mir genau richtig, denn ich erzähle euch heute drei Wege wie ihr sowohl günstig und auch sicher an den Token kommt. Also Kanal abonnieren für weitere Tipps zum Thema Web3 und jetzt viel Spaß beim Video. Der erste Weg wie man an Ron kommt wäre zum Beispiel über Crypto.com, kann ich aber direkt an dieser Stelle sagen, empfehle ich nicht, denn wir wollen eure Assets, die wollt ihr nicht auf einer Börse wie Crypto.com oder Binon zum Beispiel halten. Ihr wollt eure Assets immer auf einer eigenen Wallet liegen lassen, deswegen Crypto.com bietet zwar bereits RON an, man kann es hier kaufen, aber wenn ihr es hier kauft, dann bitte sofort rübersenden auf eure eigene Ronin Wallet. Falls ihr noch keine eigene Ronin Wallet habt, dann einmal unten in der Videobeschreibung klicken, da habe ich einen Kurs verlinkt, wo ich alles nochmal dazu erkläre, wie man sich sicher eine Wallet anlegt. Wenn ihr das noch nicht habt, dann seid ihr an diesem Schritt hier noch falsch in dem Video, dann bitte einmal unten das Video angucken. Genau, gehen wir zum nächsten Schritt. Der zweite und meiner Meinung nach beste Weg, wie man sich Ronin kaufen kann, ist wirklich direkt es in der Wallet zu kaufen. Dafür ganz simpel klicken wir einfach mal in unsere Wallet rein. Hier habe ich mal eine von vielen der Wallets und hier ganz simpel einfach mal auf Deposit klicken. Dann hat man zwei Variationen, entweder per Ronin Bridge, wenn man schon Assets liegen hat, wie zum Beispiel Ethereum, die man auf Ronin dann wechseln kann. Oder aber, wenn wir noch gar keine Assets haben, kaufen wir uns die einfach per Ramp. Und da klicken wir dann einfach hier oben drauf, also wir sind, ich wiederhole nochmal, wir sind hier in unserer Wallet, klicken auf Deposit und gehen dann auf Continue to Purchase. Werden dann sowohl einfach weitergeleitet und können hier mit dem Anbieter Ramp uns Assets direkt kaufen. Wir können zum Beispiel dann hier Euro angeben, wenn ihr in Deutschland lebt und könnt euch hier Ronn klicken und dann werden hier unten die Provider sozusagen dargestellt. Hier in Deutschland ist der Provider Ramp, den wir benutzen und hier haben wir wirklich minimale Fees und klicken hier dann unten auf Ramp ausgewählt und Buy Now with Ramp. Werden dann weitergeleitet auf den Ramp Provider Internetseite und hier kaufe ich wirklich wöchentlich und monatlich meine Ronin Token. Bedeutet, wir nehmen hier zum Beispiel einfach mal 500 Euro, der rechnet einem gleich um, wie viel das in Ronn sind. Jetzt gerade sind es 860. Ich vermute stark, dass das immer weniger wird mit der Zeit, weil natürlich Ronn immer weiter hoch gehen wird. Hoffentlich, keine Financial Advice hier. Es ist nur einfach die Hoffnung natürlich, dass der hier ansteigen wird. Und genau, gehen dann auf Proceed und müssen dann gleichzeitig auch in unserem Online-Banking sein. Hier könnte man jetzt einfach mal eine Beispiels-E-Mail angeben. Das soll einfach nur mal Sign-Me-Up für Newsletter natürlich. Ach, jetzt müsste man hier natürlich, ja gut, kann ich jetzt gerade nicht, weil ich nicht in meiner E-Mail-Adresse drin bin. Hier müsstet ihr euch dann einfach nur die Zahlen angeben, die euch zugesendet wurden. Und im nächsten Schritt habt ihr dann sozusagen eine E-Bahn, die ihr angeben müsst. Und dort könnt ihr an diese E-Bahn dann die 500 Euro überweisen und habt dann noch einen kleinen Titel, sozusagen eine Referenznummer, die ihr angeben müsst. Und dann dauert es ungefähr so ein bis zwei Tage, manchmal auch noch am gleichen Tag, wenn man es morgens macht, bis dann die Ronn-Token ankommen. Und man ist es wirklich so, man zahlt nur die 500 Euro oder die 300 Euro oder auch die, sagen wir mal, 200 Euro oder kann auch, also 50 Euro sind es ja auch schon in Ordnung. Und mehr nicht, also keine Fees und kriegt dann wirklich die Ronn, die hier angegeben sind. Das ist meiner Meinung nach der einfachste und auch der sicherste Weg. Denn ihr habt die Assets auf eurer eigenen Wallet, seid dafür natürlich auch selber verantwortlich. Und es kann euch keiner von der Börse oder wo auch immer diese Assets nehmen. Not your keys, not your wallet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, nochmal, wenn ihr es nicht wisst, wie es geht mit einer eigenen Wallet, einfach unten in der Videobeschreibung einmal gucken. Da habe ich wirklich einen Anfängerkurs, was Ronin-Blockchain angeht, was Axie Infinity angeht. Einfach da mal vorbeikommen. Und jetzt noch einen allerletzten Weg, den ich euch auch nochmal zeigen möchte. Der letzte Weg ist der Weg über Binance. Binance ist natürlich auch wieder eine Börse, so wie Crypto.com. Hier wollen wir die Assets auch nicht liegen lassen. Aber hier gibt es eben den großen Vorteil, dass sie die Ronin-Blockchain, das Netzwerk, bereits integriert haben. Bedeutet, man kann sich hier SLP kaufen. SLP ist eine Kryptowährung, die auch auf der Ronin-Blockchain liegt, weil Axie Infinity eben dort ist. Hier kann man sich günstig wirklich SLP kaufen und sich das dann für nur einen SLP sozusagen an Gasgebühren rübersenden. Bedeutet, also fast kostenlos. Ein SLP, ein SLP sind glaube ich nicht mal einen Cent, bedeutet hier teilt man auch wirklich sehr, sehr wenig Gebühren. Das wäre ein anderer Weg, den habe ich früher auch immer gemacht, bevor ich RAM benutzt habe. Und deswegen, genau, man kann sich hier SLP kaufen und sich dann sozusagen auf die eigene Wallet rübersenden. Und da dann auf dem Katana-Swap von, ups, jetzt sind wir hier, Katana heißt es ja, auf der Ronin-Blockchain, da kann man dann die SLP swappen, hier oben mit der Swap-Funktion von SLP auf Ronin dann zum Beispiel. Genau, und das wäre der dritte Weg, den ich empfehlen kann. Wie man gehen möchte, ist im Endeffekt egal. Ich kann RAMP empfehlen und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Assets auf der eigenen Wallet zu lassen und nicht auf irgendeiner Börse. Also, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es mal einfach unten in die Kommentare rein, wenn sich irgendwas geändert hat. Ich bin immer bei den Kommentaren aktiv dabei. Bitte abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wie immer, bis dahin, save the planet! Vielen Dank!